Servus, seid gegrüßt. Heute möchte ich euch was erzählen. Was mache ich mit einem Hund im Büro? Geht es, geht es nicht? Wie habe ich es gemacht? Was macht man? Was soll man besser gehen lassen? Los geht's! Ja, der eine oder andere weiß es. Entweder weil wir uns besser kennen oder weil er die anderen Social Media Kanäle verfolgt von uns. Kuba war quasi seitdem er klein oder von klein auf mit mir im Büro. Ja, ging damals nicht anders. Mittlerweile schaffe ich es noch einmal die Woche ihn mitzunehmen, wenn der Terminkanäle nicht zulässt. Ist aber nicht so schlimm, weil wir haben jetzt einen schönen Garten und er hat Platz und keine Zwei-Zimmer-Bude mehr ohne alles. Ja, aus den zwei Jahren Kuba mit dem Büro habe ich so die eine oder andere Erfahrung sammeln können dürfen müssen. Und die würde ich euch einfach mal, ja, an denen würde ich euch einfach mal teilhaben lassen wollen. Ja, als allererstes, also ich glaube ich muss es eigentlich nicht erwähnen, aber sicher ist sicher. Ihr solltet Kollegen, Vorgesetzten oder den Chef fragen, ob er es überhaupt dürft. Nicht, dass ihr euch den Hund anschafft und dann steht er da und ihr dürft nicht mitnehmen. Hier, hier, und als allererstes kommt mal diese Töle weg. Ne, da haben sie mir die Erlaubnis gegeben. Ein Hund im Büro? Ja, da habe ich ihn weg. Ein Hund im Büro? Das wäre ein bisschen blöd. Von daher fragt einfach, wenn es geht, geht, dann ist das super. Und wenn es nicht geht und ihr unbedingt einen Hund wollt, dann müsst ihr euch halt Gedanken machen, wie ihr den die acht, neun, zehn Stunden bei Vollzeitkraft unterbringt. Wenn ihr Halbdachs arbeitet oder wenn ihr Schichten arbeitet oder so, dann überschneidet ihr das ja meistens. Oder im Idealfall überschneidet sich das, kann das ja nicht ganz so lang allein. Ich persönlich hätte mir keinen Hund geholt, wenn ich ihn nicht mit auf die Arbeit hätte nehmen dürfen, ganz ehrlich. Weil damals habe ich auch noch nicht so mit meiner Freundin zusammen gewohnt. Da war es noch so, mehr so ein Gebändel hin und her. Und ich brauche tatsächlich keinen Hund, dass der acht, neun, zehn Stunden am Tag allein daheim ist. Also das nur zu meiner Meinung dazu. Fragt einfach und wenn nicht, macht euch Gedanken. Genau. So, ja, fangen wir an. Wir haben den Kuba bekommen im Dezember 2018. Ich hatte, glaube ich, eine Woche Urlaub oder so. Und dann ist der quasi schon mit auf Arbeit durchgestattet. Ja, was sollte man da beachten oder was habe ich für Lehren daraus gezogen? Also was ich auf jeden Fall tun würde und das würde ich auch immer wieder tun, wäre eine kleine Box. Das heißt, eine kleine Box, eine Hundebox halt, wo der Hund auch reinpasst, wo er einfach einen Rückzugsort hat oder wo ich ihn auch mal, ich sag mal, ruhig stellen kann. Wenn es halt gerade nicht passt, dann kommt ja die Box zu und ich kann mich quasi voll und ganz auf meine Arbeit konzentrieren, weil, und das könnt ihr euch auch abschminken, ihr seid nicht bei 100% Arbeitsleistung, wenn der Hund dabei ist, zumindest nicht am Anfang. Der braucht immer eine gewisse Aufmerksamkeit und selbst wenn er keine Aufmerksamkeit braucht und pennt, seid ihr mindestens mit einem Ohr oder mit einem Auge beim Hund, ob er noch schläft, was macht er gerade, wo ist er gerade. Also auch das ist vielleicht auch für den Chef so ein Punkt, um das Ganze abzulehnen, weil ich glaube, der ist alle ganz doof, egal welcher Chef jetzt und das wird er wahrscheinlich auch wissen. Vielleicht habt ihr aber auch einen Kulattenchef, so wie bei uns, also wir sind in der Geschäftsstelle bei uns, ich glaube, vier oder fünf Hunde, sowas und das funktioniert ganz gut. Wir treffen uns auch regelmäßig dann im Garten, wir haben so einen kleinen Garten, dann dürfen die mit bolzen und dann geht es wieder ins Büro und dann wird weitergearbeitet. Genau, also auf jeden Fall mal so eine Rückzugsart für den Hund, wo er sich zurückziehen kann, wenn er mal pennen will oder aber auch, wie gesagt, dass ihr ihn mal einsperren könnt, dass der einfach mal aufgeräumt ist, dass ihr euch mal um eure Arbeit kümmern könnt. Das wäre das Erste. Zusätzlich zu der Box war es bei uns so, wir haben noch ein Kissen drin, du kannst auch einen Korb nehmen oder sowas. Einfach, dass er halt nicht in die Box muss und sich trotzdem mal hinlegen kann und nicht mitten im Teppich, auf dem Teppich oder mitten im Büro rumgammelt und mitten im Weg ist. Bei uns ist es so, ich habe die Box, ich habe so einen L-Schreibtisch, ich habe die Box unter dem rechten Schreibtisch, wo er mittlerweile geht da auch fast nichts mehr nahe. Und ich kann mittlerweile auch ohne Box im Büro lassen, mal eins, zwei Stunden, der knabbert kein Kabel an nichts, der liegt einfach da und pennen. Und am anderen Schreibtisch, so neben meinen Füßen liegt dann ein Kissen, wo er den ganzen Dach eigentlich drauf rumgammelt. Also Rückzugsort und einmal Decke, Körbchen oder sowas, wo er so an dem Dach drauf rumgammeln kann. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, ist so ein bisschen Spielzeug für den Hund, wobei ich da aber tatsächlich so ein bisschen mit Bedacht auswählen würde. Also ein Quietschball im Büro ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Beste. Generell, quietschende Sachen sind eh ein bisschen doof, so Stichwort Beißhemmung und so. Aber es ist auch unglaublich nervig. Gerade wenn du vielleicht ein Großraumbüro hast mit mehreren Kollegen und dein Hund doll da rum und quietscht und macht und tut oder so, oder so ein Schwein. Also das ist halt unglaublich nervig. Das ist ja mehr wegen doof. Von daher vielleicht ein Dennisball oder ein Zerkel. Was ich besorgt habe, sind so Intelligenzspielzeuge. Also Spielzeuge eins habe ich. Ein Intelligenzspielzeug, was ihn halt einfach mal zwei bis fünf Minuten beschäftigt und danach legt er sich wieder hin. Was wir auch viel gemacht haben, natürlich nur in den Pausezeiten, ist klar. So Suchspiele. Ich hatte ein Kuscheldier dabei, mit dem haben wir erst ein wenig gezergelt und ein wenig gekämpft und ein wenig Spaß gemacht. Und dann habe ich es einfach versteckt und dann durfte ich es suchen. Und Leute, glaubt es mir, der, wenn dreimal so ein Kuscheldier sucht, ist er mindestens genauso fertig, wie wenn ihr zehn Minuten oder eine Viertelstunde mit ihm spielt. Also das ist dann auch so, wo ich sage, so eine, ja, Faustregel ist es nicht, aber so eine Richtlinie. Das Büro ist quasi kein Spielplatz. Ja, ihr dürft mal mit dem Hund spielen. Klar, der kann ja nicht zehn Stunden am Tag auf dem Boden rumgammeln oder auf der Decke oder im Korb. Aber er muss halt auch lernen, dass es kein Spielplatz ist. Also ziemlich falsch wäre halt zum Beispiel, wenn ihm langweilig ist und der kommt zehnmal an und neunmal davon, sagt er, oh ja, klar, komm, wir spielen weg. Weil da landet halt einfach nichts draus, beziehungsweise das Falsche. Weil dann ist halt so, alles gleich, ich will jetzt spielen, ich hüpfe da mal hoch und so und dann spielt er mit mir und dann ist es gut. Also wer das machen kann, keine Ahnung, selbstständig im Büro oder so, wo das dann ihr Zeit ist oder ihr Geld, wenn ihr da mit dem Hund spielt. Aber in der Regel sollte das ja nicht so sein. Ihr solltet meiner Meinung nach ziemlich froh sein, dass ihr einen Hund mitnehmen dürft auf die Arbeit. Und da sollte das schon, ich sag mal, so ein Geberhund nehmen sein. Also ihr dürft den mitnehmen und dafür guckt er, dass er ruhig ist und dass er sich ruhig verhält. Wenn ich jetzt, also bei mir im Büro geht, da liegt der da, wir haben jetzt auch nicht so den Riesenpublikumsverkehr, aber keine Ahnung, eine Friseursin oder sowas, wenn der da im Korb liegt und jedes Mal, wenn die Tür aufgeht, Stichwort Tür aufgehen, klingeln und so, letztes Video von wegen vorstürmen und bellen, das geht halt gar nicht. Und solche Geschichten halt. Er darf sich vielleicht dann in dem Fall auch frei im Friseursalon bewegen, aber er soll halt keinen Kunden anspringen oder Kunden stellen oder anbellen oder anknurren oder sowas. Das ist bei mir alles nicht der Fall. Wir sind zu zweit im Büro, es kommt mal jemand, was es da zu beachten gibt, da komme ich gleich drauf, da habe ich auch, ja, da war ich nicht konsequent genug, allerdings weniger beim Hund, sondern mehr bei den Kollegen. Genau. Also ihr dürft oder ihr sollt euren Hund auch beschäftigen, der ist an 10 Stunden da, um zu schlafen. Ihr dürft ihn auch beschäftigen zwischendurch, aber nur, wenn es eure Zeit zulässt und ihr der Meinung seid, wir können jetzt mal 5 Minuten irgendwie ein Suchspiel machen, ein Intelligenzspiel oder einfach nur ein Zergeln, aber es sollte halt nicht so ablaufen, dass ihr 7,5 Stunden am Tag mit dem Hund spielt und dann noch ein paar Minuten arbeitet. Das wäre halt ein bisschen doof und wäre, denke ich, auch dem Arbeitgeber nicht fair gegenüber. Ja, was natürlich auch noch schön wäre, also gerade bei den Welpen, ich weiß es nicht, also bei uns war es leider der Fall, weil wir haben nur zweimal am Tag gefüttert, sprich morgens und abends, vor der Arbeit, nach der Arbeit quasi. Aber wenn, ja, manche füttern in drei oder viermal am Tag, dann solltet ihr halt einfach Futter dabei haben. Klar, muss ich glaube auch noch erwähnen, aber es wäre, glaube ich, ganz sinnvoll, so Futter und Wasser an einem festen Ort stehen zu haben, damit er auch weiß, wo er hin muss. Und in dem Zusammenhang mit Futter und Fressen muss er natürlich auch mal sein Geschäft und so weiter erledigen. Da wäre es vielleicht tatsächlich auch ganz cool, wenn ihr so ein, ja, so plus minus einen festen Rhythmus habt, was natürlich der Stubenreinheit entgegenkommt. Dann müsst ihr eher, also öfters raus, aber halt auch, dass ihr mal in Ruhe arbeiten könnt und dass ihr genau wisst, okay, keine Ahnung, er hält auf jeden Fall locker zwei Stunden aus. Und ich war vor einer halben Stunde mit ihm draußen und jetzt kommt der schon wieder an, dann brauche ich mir halt halt Gedanken zu machen, ja, okay, der muss aufs Klo, muss er nicht, muss er, muss er nicht. Nein, der will nur, der motzt nur und will nur Aufmerksamkeit. Da kann ich den auch mal links liegen lassen und kann mir Arbeit weitermachen. Der beruhigt sich nachher schon wieder und legt sich auch wieder hin. Zumindest ist das meine Erfahrung. Ja, wichtig ist halt, also das finde ich einfach, nicht immer gleich springen, wenn er motzt oder wenn er jault oder wenn er winzelt oder sowas. Ihr werdet es merken, das kann natürlich sein, dass es auch nach hinten losgeht, aber dann wischt er das Zeug halt auf und gut ist. Hoffentlich nur aufwischen, nicht, dass er die Tüte braucht, aber ich glaube, da kriegt man auch relativ schnell ein Gespür dafür. Ich weiß, Kubat, der hat, ich glaube, zweimal hat er, glaube ich, reingemacht. Also der war auf der Arbeit auf jeden Fall schneller, sauber wie daheim. Warum das so war, oder warum, ich vermute, warum das so war, habe ich ein Video darüber gemacht, zum Thema Stuben reinhatte, verlinke ich euch auch. Genau, und da ist es erklärt, wie das so war auf der Arbeit, wenn er Stuben reinhatte. Und dann kommen wir zu meinen lieben Kollegen auf diesem Weg, mal, wer den Kanal guckt, keine Ahnung, schöne Grüße an die ganze Diakonie Würzburg, die uns regelmäßig in der IT besuchen. Danke. Ja, natürlich, ich glaube, das muss ich auch nicht wirklich erwähnen, wir hatten, seitdem Kubat da war, komischerweise irgendwie mehr Kundenkontakt, persönlichen, zumindest bis Corona. Irgendwie wollten die aber gar nichts von uns, sondern wollten alle nur zum Hund. Wie das dann abgelaufen ist, könnt ihr euch, glaube ich, auch sehr gut vorstellen. Tür auf und los geht's, Kuba, hier, Kuba, da, oh, ist der süß und komm mal her und hast du nicht gesehen. So, ähm, die meint das wahrscheinlich auch gar nicht böse und die wissen es vielleicht auch nicht besser. Nur, wenn die reinkommen und gleich trara und hast du nicht gesehen, ähm, ist es halt sehr schwer, von wegen, bitte springt die Leute nicht an, bitte bleib auf deiner Decke liegen, wenn jemand kommt, bitte dreh nicht völlig ab, wenn du die Tür oder die Klingel hörst. Und, ja, ja, also da könnte ich noch so ein bisschen weitermachen. Ähm, war nicht schön. Und, äh, ich hab's auch nicht hingekriegt, die Kollegen und Kolleginnen da zu briefen, dass sie das nicht zu machen haben. Aussage war so, ach, bei mir darf der hoch springen? Sag ich, ja, warum? Ja, ist doch eine alte Hose. Ja, und woher sollt ihr das beim Nächsten wissen? Also, ähm, das konnte mir irgendwie keiner erklären oder beziehungsweise meinen Wunsch nach, geht bitte rein, äh, wenn's geht, sprecht den Hund mal bitte nicht an und setzt doch einfach erstmal hin. Ich sag dann schon, dass er zu euch darf, das hat die irgendwie an einer gejuckt. Äh, ja, demzufolge, ihr habt's ja im letzten Video, glaube ich, oder eins der letzten Videos gesehen, ähm, wo wir den Versuch gestattet haben, Kuba, äh, dass der Kuba quasi liegen bleibt oder sich nicht aufhört, wenn's klingelt. Ähm, war eins der letzten Videos und nachdem, wann das jetzt rauskommt, ich verlinke's euch mal. Ähm, ja, demzufolge kannte er das einfach nicht, weil er, das weiß, weil, sobald Tür auf, ist ja Action, weil Kuba hier, Kuba da. Dann kriegt er noch von jedem ein Läckerchen. Ähm, ich wende ihn bei uns in der Geschäftsstelle, unten im EG losmacht, renne der hoch in den ersten Stock und macht jedes Zimmer durch und kriegt in jedem Zimmer mindestens ein Läckerchen. Demzufolge könnt ihr euch auch vorstellen, wie der in Richtung Geschäftsstelle losgefitzt. Ähm, und der mag die auch alle, um Gottes Willen, der hat noch nie irgendjemanden gestellt oder angegauzt oder angeknurrt oder irgendwas. Einmal, glaub ich, da hat er gepenntet, ist erschrocken, da ist er mal kurz losgeschossen. Um was er nicht leid kann, sind irgendwie die, äh, die Müllabfuhr in komplett orange. Das mag er irgendwie auch nicht. Zumindest aus der Entfernung, wenn sie dann vor einem stehen, ist er dann ganz klein mit Hut und, äh, freut sich dann doch. Aber ansonsten ist der wirklich brutal, der ist halt ein Bulli, der hilft beim Lausdrafen, ne, wenn ein Einbrecher herkommt, also es ist halt einfach so. Ja, aber, ähm, durch meine Inkonsequenz der Arbeitskollegen und Kolleginnen gegenüber, habe ich halt jetzt einen Hund, der Leute anspringt, der bellt, wenn es klingelt und der natürlich nicht liegen bleibt, wenn ich sage, er soll liegen bleiben, weil er es ja noch nie gemusst hat. Und weil du da als, äh, erziehender Hundeführer, sag ich mal, überhaupt gar keine Chance hast, das irgendwie, ähm, in den Griff zu kriegen, wenn der Kollege oder der Gegenüber nicht mitspielt. Bei mir hüpft er nicht auf den Schoß, bei mir hüpft er auch nicht hoch. Das macht er nur bei den Kollegen. Und das weiß ich, das sehe ich, das sehe ich schon ganz genau, die werden reinkommen und schaffen es doch mal nicht, den Hund anzusprechen und setzen sich hin. Und ich sage, alles klar, Kuba, du darfst jetzt gehen. Und der geht dann da hin, das sehe ich schon, wie die Luft holen und wie die ausholen, dass der den gleichen Gesicht hängt. Und tatsächlich, zu 98 Prozent habe ich da eine sehr hohe Erfolgsquote. Ähm, Außenstand springt der hoch, knutscht zum Beispiel auch komplett ab, die wissen gar nicht, was los ist. Und ich stelle dann da und sage, ja, das hat er ja noch nie gemacht. Nein, das macht er jedes Mal, weil, weil sie es einfach nicht auf die Reihe gekriegt haben, das nicht zu machen. Also, äh, lange Rede, kurze Dinge, wieder, schon wieder viel zu lang gequarkt, wollte ich gar nicht. Ähm, guckt, dass ihr eure Mitarbeiter oder Kunde, Kollegen wirklich brieft, dass die den Hund in Ruhe lassen. Die dürfen, die dürfen ja hin, die dürfen ihn auch streicheln und hast du nicht gesehen. Aber bitte erst mal ankommen und reinkommen. Weil dann, daraus resultieren nämlich genau die Dinger, die man eigentlich nicht haben wollen würde. Ja, und, ja, also das war so ziemlich eigentlich so die Erfahrung und so weiter. Ähm, was ich tatsächlich viel gemacht habe in meinen Pausenzeiten, das mit dem Hund geübt. Ähm, ja, wo wir da wären. Geistliche Auslastung im Büro ist bei weitem besser und effektiver wie körperliche Auslastung. Macht mit den Tricks, Sitzplatz, Bleibplatz, komm her, was weiß ich. Ähm, lernt dem was, wenn ihr die fünf Minuten euch mal Zeit nehmt, weil wenn ihr mit den fünf Minuten übt, habt ihr zwei Stunden euer Ruh. Das sind so meine Erfahrungen, äh, der letzten zwei Jahre Kuba im Büro. Ich weiß nicht, es gibt mit Sicherheit genug, die ihren Bulli mit oder ihren Hund mit auf die Arbeit nehmen. Was habt ihr so mitgemacht? Habt ihr auch so böckgeschossen wie ich? Konntet ihr euch auch nicht durchsetzen gegenüber euren netten und lieben Arbeitskollegen, Kolleginnen? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Wenn ihr der gleichen Meinung seid wie ich, dürft ihr gerne den Daumen nach oben drücken. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann drückt einfach auf Abonnieren. Das ist, glaube ich, auch hier unten und daneben die Glocke. Am besten auf alle Benachrichtigungen einschalten, dann verpasst ihr gar nichts mehr von uns. Und dann bleibt ihr immer schön auf den Laufenden. So, und ich werde jetzt mal weiter üben, von wegen liegen bleiben und nicht bellen, wenn es klingelt. Bis dahin, ciao. Ciao.